Hallo, Servus bei Monaco Drücks. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich in den Alpen. Äh, nee, nicht wirklich. Nee, mitten in der Stadt, nämlich im City Center von Mercedes an der Arnulfstraße. Und heute ist ein ganz spezieller Tag. Heute wird Cabrio gefahren. Naja, nicht so wirklich. Also ihr seht, heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Und was genau anders ist, das zeige ich euch heute. Wir sind hier in der Burmester Lounge. Hört ihr auch die Klänge? Wahrscheinlich nicht. Also kommt am besten mal vorbei. Wir hören hier nicht nur die tollen Klänge, sondern du sitzt auch in einem tollen Cabrio. Ich glaube, das ist das Motto heute auch hier, gell? Ich habe mich total verliebt in dieses Auto. Das denke ich mir. Aber Rosanna sitzt nicht nur zufällig hier in dem Cabrio, sondern sie hat etwas ganz, ganz Tolles für euch, ja genau, für euch mitgebracht. Nämlich ein ganz tolles Gewinnspiel. Und was verlosen wir denn Schönes? Natürlich diese wunderschöne Freudenhausbrille, mit der man endlich den Durchblick hat. Und dann haben wir natürlich noch diese tollen Schals von Alpenflüstern. Genau. Ja, genau. Also ihr habt es richtig gehört. Wir verlosen zwei Sonnenbrillen und zweimal ein Schaltuch von Alpenflüstern. Also zwei glückliche Gewinner dürfen sich freuen. Und wie das funktioniert, das sage ich euch am Ende des Videos. Und wie das funktioniert, das sage ich euch. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Du nimmst ganz einfach daran teil, indem das du hier draufklickst und uns abonnierst und natürlich unten in die Kommentare reinschreibst, dass du teilnehmen willst. Wir sehen uns wieder bei einer nächsten Folge von Monaco Deluxe.